Musik Ich bin der Fatih, ich bin der Vorsitzende der Sport- und Bildungsschule Karamanladi-Brüller-Helden. Wir sind kein Fitnessstudio, sondern ein gemeinnütziger Verein und verbinden diverse Spachten miteinander wie Sport, Bildung, Gesundheit und Feriencamps. Musik Ich habe im Netz recherchiert und bin ganz schnell auf FH Finholz aufmerksam geworden, habe einfach ganz normal telefoniert und wurde super abgeholt und sehr, sehr gut beraten. Ja, die Bauphase fanden wir recht kurz, weil generell die Bauphase auch nur acht Wochen gedauert hat und wir dann auch direkt mit dem Innenleben der Halle anfangen konnten. Die Mitarbeiter von Finholz haben uns auch immer unterstützt. Wir haben uns für den Holzbau entschieden, weil wir die F30-Brandschutzanforderung erfüllen mussten und wir parallel auch eine familiäre Atmosphäre hier schaffen wollen. An der Halle mag ich ganz besonders, dass es eine warmherzige Halle geworden ist. Was ich beeindruckend finde, ist, dass wir nur 400 Euro monatliche Abschläge haben im Bereich der Wärme. Da ist das Duschen, das warme Wasser und die Heizung mit inbegriffen und das bei einer Nutzungsfläche von 1200 Quadratmetern und bei 1400 Metern. Die Halle ist so gut gedämmt, dass wir uns auch mit einer Energiepreissteigerung keine Gedanken machen müssen. Wir planen ein zweites Bauvorhaben auf unserem Nachbargründstück und wollen da auch mit FH Finholz zusammenarbeiten, wo wir auch viel größer und viel mehr Räumlichkeiten planen werden. Natürlich kann ich FH Finholz weiterempfehlen, sonst würde ich das zweite Projekt ja nicht mit dieser Firma umsetzen.